Die Deutschen und ihre Nachbarn Unter diesem Titel geben Helmut Schmidt und Richard von Weizsäcker gemeinsam eine auf zwölf Bänder angelegte Reihe heraus, die den deutschen Politik, Gesellschaft und Kultur ihrer europäischen Nachbarländer vorstellt. Was wir auf vielerlei Reisen in uns aufnehmen, das soll vertieft und dabei auch von mancherlei Vorurteilen befreit werden. Dabei steht nicht so sehr das lexikalische Grundwissen im Vordergrund, sondern die lebendige Anschauung der Lebensverhältnisse und der jeweiligen nationalen Besonderheiten, auch im Verhältnis zu Deutschland. Die beiden Herausgeber haben hervorragend ausgewiesene Kenner gewonnen, die ihr oft in Jahrzehnten erworbenes Wissen anschaulich in den Bänden der Reihe weitergeben. Johannes Wilms, Frankreich Ein Land mit einer sehr alten Geschichte und einem immensen kulturellen Reichtum. Johannes Wilms porträtiert ebenso lebendig wie pointiert unseren westlichen Nachbarn, seine Politik und Gesellschaft, seine historisch bedingten Sonderheiten und sein Ringen um die Bewahrung der eigenen Kultur. Eine glänzend informierte Einführung von einem der besten deutschen Frankreich-Kenner. Johannes Wilms, Frankreich